Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Silia 2 für die Playstation 3. Im letzten Part haben wir die Freundschaftsereignisse von Jude und Elise weitergemacht. Und Hallöchen, Weras geht jetzt weiter mit der Hauptstory. Ich will vorher noch mal kurz eine Sache gucken. Was ist denn... Also E40 war doch das, wo Bisley... Bisley... hier drin war, ne? Ja. Okay. Ich wollte das nur noch mal gucken. Weil ich meine kürzlich gelesen zu haben, dass es wohl noch eine weitere Etage gibt, in die man allerdings erst später kann. Und da wollte ich jetzt mal kurz gucken, ob ich da jetzt schon rein kann inzwischen, aber dann kommt das wohl erst noch. Gut, gut. Hallöchen, Werra. Let's do this. Kapitel 14. Mission erfüllt. Ja, es gibt nach wie vor, glaube ich, nur 16 Kapitel. Halt eure Hörer. Nur die autorisierte Personale passen über dieses Punkt. Natürlich. Wir kamen nicht hier nur, um in der Lobby sitzen zu lassen. Sehr gut. Wenn das ist Vizepräsident Kresniks Entscheidung, dann werde ich davon abhängen. Hä? Halt eure Hörer, den Vizepräsident von Spirius? Verrückt. Seine Prüfung ist sofort effektiv. Das könnte sogar wirklich genau das sein, was ich kürzlich zufällig gelesen habe. Äh, aber Büro des Generaldirektors ist doch einfach das, wo ich gerade war, ey. Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Was ist hier für ein Raum? Büro des Vize-Generaldirektors. Aha. Das ist mein Büro. Relativ leer. Nudeln. Geschäftsoutfit. Schicke Frisur. Aha. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Erstmal die Frisur natürlich. Äh. Schicke Frisur. Die hat halt ein bisschen gekämmt, ne? Ich finde die sogar gar nicht mehr so schlecht. Das ist quasi so ein Zwischending zwischen der normalen und der Kochfrisur. Aber jetzt bin ich gespannt. Geschäftsoutfit. Oh, heu. Darin könnte ich mich erst mal gewöhnen. Ich würde das mal ein bisschen angucken. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Das lassen wir auf jeden Fall mal ein bisschen an. Mal gucken. Ähm. Cool. Ich finde es echt cool, wie viele Outfits es hier in dem Spiel gibt. Das freut mich echt. Büro des Generaldirektors. Geben wir da erstmal lang. Das war's. Ich glaube, er hat dir eine Botschaft gegeben gegeben. Das ist richtig. Und sie haben es schon seit der Humanität herausgefunden hat Spyrech zwei millennia. Die drei Spirits verabschieden, ob die Menschen wirklich kontrollieren können oder nicht. So haben sie ein Experiment gemacht, um die Wahrheit der Menschheit zu zeigen. Sie wollten sich selbst sehen, ob die Menschen sind die Temptation der Ultimate Macht. Das war vor dem Schizm, du siehst. In den alten Zeiten, wenn Maxwell immer die Menschheit glaubte. Also das Chromatis war ein Test. Chronos gab das Chromatis zur Kresnik-Familie als eine Möglichkeit, um zu measureieren, wie die Menschheit in der Basis können. Wenn jemand der Great Spirits originiert, bevor ein Millionen Katalistischen Diversität entsteht, die Menschheit verabschiedet hat. Das war der Test. Wenn niemand macht, dann die Menschheit verabschiede und die Spirits verlassen. Das war der Pakt. Aber hier ist die Faktion. Das Spiel wurde gerade von Anfang an. Wie wurde es verabschiedet. Origin wird den Willen von der ersten Mensch, der vor ihm kommt. Nein, kein Mensch kann die Faktion des Wachst. Es hat die Menschen geschehen. Das hat die Menschen geschehen. Das hat die Menschen geschehen. Als результат, die Krebsniks immer wieder in der Krieg warst. Dank an alle ihre Begräuungen, Katalist und Fractur Dimension haben sich verraten wie Rats gegründet. Ein enormes Menschen in alle Dimensionen transformiert werden in Katalist. Und als Ergebnis wurden sie zerstört. Es ist wahrscheinlich, dass jetzt ihre Zahl um 1 Millionen. Die Spirius Corporation wurde zu erzeugen, um die Brechen auf diesen ganzen Verzwecken zu stellen. Luger, ich habe nicht vergessen, die Rewardheit, die ich versuchte. Du musst nicht mehr über diesen Pesky-Lon. Jetzt, einfach das Rest mit mir. Ich werde die Welt schaffen, die deine Generation verdient. Hey, Luger! Du wirst nicht glauben, was gerade passiert. Der Präsident der Bank war gerade jetzt. Und ach, was? Er hat gesagt, dass ich nicht mehr mit deinem Geld über deinem Geld habe. Was? Wie hast du das geschafft? Warte, du bist nicht schrecklich jemanden, bist du? Du verpasst die Rewardheit. Bacor ist weg für die Lande der Kanan, richtig? Ja. Er hat uns gesagt, wie in die Zeit kommen. Ich habe nicht informiert. Okay, wenn das so wie du es willst, dann lass ich dir das. Wie hat er planiert, um es über Kronos zu machen? Der Chromatus kam von Kronos. Bacor nicht kann es gegen ihn. Ich weiß nicht. Was hat mit L? Entschuldigung, ich bin zu lange für ein Gespräch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass der CEO, der Planung zu benutzen, um L zu kronos zu benutzen. Direktor Radeau? Ich glaube, dass unsere Gastgeist-Business hier ist. Wir sind nicht hier fertig. Wir sind hier fertig. Hm. I do not like this. Somehow. Huch. Wir sind ein geiles Klos. Danke dafür auf jeden Fall. Aber was ist... Moment. Was ist jetzt mit dem... ...mal ein Rundgang durch die Firma? Okay. Ich gehe jetzt erstmal kurz nochmal in mein Büro. Vielleicht muss ich hier hin. Ich denke nicht, aber vielleicht doch. Ist ja sonst noch irgendwas eigentlich in meinem Hauptschreibtisch? Nee. Ich kann mit dem PC da auch leider nicht interagieren. Ich hätte mich sehr drüber gefreut. Mein eigener PC, ja. Aber nein. Okay. Soll ich jetzt hier jedes Stockwerk einmal abgammeln oder was? Ach, hier muss ich hin. Hier ist redo. Okay, erstmal kurz im Automaten. Aha. Ah ja, ich habe ja gar nicht so viel Geld hoch. Mensch. Hab ich vergessen. Noch 92. Und ich kann tatsächlich nicht mehr auf die Schuldentaste drücken. Well. Forgive me for my silly comments back there. How might I help the new Vice President? Hm? What I was saying before? L was the true key of Kresnik. Origin's power flows through the key. One only comes along every few generations and the key is the trump card in the trial. As you can imagine, he or she is always at the center of Kresnik's family feuds. The most recent key was the CEO's wife till she was killed. Not that you have any relation to that woman. Nooo. I mean exactly what I said. Don't tell me you're ignorant of your own family history. Some Vice President you are. To make a long story short, the only way to reach Origin is to defeat Kronos. And the only thing that will defeat Kronos is the power of the void. Which is wielded by the key of Kresnik. Of course the power needed to beat Kronos would immediately transform the key into a divergence catalyst. And that's the rub. Oh, please. Don't try to act so high and mighty. You had no qualms at all about using the girl's power willy-nilly. Luger? Damn you! Ah, you must have heard more details from Rideau. He was only supposed to keep you occupied. I'm sorry for tricking you, but please understand. This sacrifice is necessary to make a world purely for humans. Yes, you heard correctly. When I finally fulfill Origin's trial, I will wish for all spirits to surrender their will. They will become mankind's loyal tools. What? But do not worry. Their first task will be to eliminate all fractured dimensions. Give me that! Luger, it's me! Elle? I'm gonna fix it all so you don't have to do scary stuff anymore. I'll use my wish to make sure nobody ever has to disappear again. Mr. Bacore says that only I have the power to do that. So don't come after us, okay? I'm fine, really. I know I broke our promise, so... I'm sorry. Forgive me. Elle! I'm sorry. The GHS you are trying to reach is currently unavailable. Please try again. I have nothing to do now but leave things to the CEO, I suppose. If we go charging in, he'll just use us. Just like he's going to use Elle. Shut up! Er hat mir erstaunlich viel geredet. Ach, Leute. Fuck you. War ich hier schon mal drin? War ich hier schon mal drin? Ich glaube schon. Aber ich habe mir damals nicht alles mitgenommen. 5, 4, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich schreibe mir den jetzt mal ganz kurz auf mein Handy. Ja, ich nehme einen Stift und schreibe das einfach drauf. Ja, keine Sorge. Nein, ich schreibe mir das in der Memo. Ähm... Ich glaube, das ist nicht... Ich weiß gar nicht mehr. 5, 4, 1... 2, 5, 0... 5, 9... Speichern. Wie war das nochmal? Ach ja, Ausbildungszentrum. Genau. Ich erinnere mich... Da hat's doch irgendwelcher Loot hier. Ich meine, die Nudeln habe ich ja damals auch schon vergessen. So, wo soll ich jetzt hin? Soll ich jetzt noch ins E20 oder nicht? Ich kann doch einfach auf die Map gucken, ne? Nein. 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 Hä? Moment, wo soll ich denn hin? Ganz hoch wieder? Nein. 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 Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber gut, gucken wir hier nochmal hin. Nichts. Ich guck hier auch nochmal ganz schnell in den Katzenraum, wenn's sein muss. Vielleicht ist da was. Ein Kotzenraum. Hallo. Ist da anybody hier? Hey, der hat so ein Info-Dings. Also so eine Info-Sprechblase. Kommt gerade rechtzeitig. Ich hab dir eine Minute Zeit. Gerade hat die Ingenieursabteilung eine verbesserte Version der ausgegebenen Ausrüstung fertiggestellt. Das ist für euch. Danke. Danke. Nett. Vielen herzlichen Dank. What the fuck? Warum denn? Also, okay. Ich will mich definitiv nicht beschweren. Dankeschön. Ich bin hier relativ random jetzt reingegangen. Das konnte ich jetzt nicht wissen. Aber irgendwie freut mich das. Danke. Ich will mich nicht beschweren, dass ich einfach mal so kostenlos Schwerter bekomme, die ein ganzes Stückchen stärker sind als die, die ich bisher hatte. Okay, hier in der Szene ist auch nichts. Dann gehen wir runter ins Erdgeschoss. Vielleicht muss ich auch runter, ganz runter ins Ausbildungszentrum. Weiß ich nicht. Da war ich lange nicht. Okay, erstmal Erdgeschoss. Wenn Sie weiterentwickeln können, ich kenne die Sicherheit. Wir gehen nicht nach woher, bis wir den resten der Geschichte hören. Luger. Hast du nichts gefunden? Turning spirits into tools. So, das war Bakura's plan all along. Und zu denken, dass er eine kleine Mädchen wie Elle ist. Nicht, wenn wir es helfen können. Wir gehen nach Kanan. Wie gehen wir in? Wir müssen finden Julius. Er wird wissen, wie. Wir müssen schnell schnell gehen. ICHANN Holden. Der Viespreisenden darf nicht verlassenen Sie. Der CEO hat es. Ich stelle. Geh. Mila? Sind die beiden wirklich okay mit diesem? Jude, bitte nicht interferieren. Ich werde, wenn man das mit dem Punkt, Punkt, Punkt gemacht hätte, dann... Ui. Cooles Kampflied, dann hätte man gegen Jude kämpfen müssen. Denke ich mal. Cooles Kampflied. Muss ich an der Stelle mal bitte anmerken. Oh Gott, jetzt muss ich allein gegen sie kämpfen. Eieieiei, okay. Naja, ich habe ja grad wahrscheinlich nicht umsonst diese Waffen bekommen. Eie, nein, weg. Oh, shit, 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 shit. Kleinen Augenblick, bitte. Äh, wie wär's noch mit... Boah. Heilige Scheiße. Moment. Äh, darf ich bitte mal... Hallo? Du hast mich grad ganz schön... Ich komme zum Zugang gerade nicht umsonst. Du siehst, ich habe dich nicht... Oh! Oh! Moment, ich benutze ihn gerade. Oh, die Elise? Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh, oh... Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, das sollte so kommen. Ich glaube, der Kampf war ein bisschen gescriptet. Es scheint, dass du noch vollständig wirst, deine Chromatis zu nutzen. Das kann nur sagen, dass El ist zu dir. Bitte verabschiede mich für dich zu spielen. mit dir. Ich muss mich sicher sein. Der Bezug auf Kanan wird viel schwieriger als wir können. Wenn du mit uns kommst, dann ist es völlig möglich, dass du alles für dich verletzt hast. Dann glaub ich mir, wenn ich sage, dass ich alles tun werde, um dich zu schützen. Just das gleiche wie Jude und unsere Freunde haben, einmal für mich ein Jahr vorhin. Gut, es ist entstanden. Los geht's! Du musst die letzte Wort, oder? Ja, das ist wirklich cool, wenn Rollo mitkommt, ja! Oh Gott! Ich weiß, dass es klischee klingt, aber... Orders sind Orders. Geh, Ivor. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Ich habe Angst, dass ich das nicht tun kann, Frau Mila. Ich habe nie gedacht, dass die Leute so gut sind. So cold, so schuldig, so... Ach, was ein Geist! Willst du Hilfe? Ich hoffe, dass du nicht interessiert hast. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Das Geist hat sich auf den Stoff zu verhalten. Aber meine Kopf kommt, wenn ich nicht Luger nicht aufhören. Und ich glaube, meine Kopf zu lieben. Du denkst, dass deine Kronischen Kronischen uns verhindern können? Sie haben meine Art. Wie ist das möglich? Es ist der Lanz von Kresnik. Eine Portable Version, sicher. Aber wie du siehst, wird es den Job gemacht. Das wird lustig. Ich frage mich, ob der Herr Maxwell will wissen, als ich die Mannen auszunehmen. Nicht mit ihr zu sprechen! Und wie darfst du zu sprechen mit deinem Boss? Es sieht so aus. Du hast deine Leben zu retten, um zu retten zu retten? Du bist wirklich eine Däte benötig. Er ist noch meine Handmaid. Ich weiß nicht, dass ich ihn von der Position verabschiede bin. Frau Mila. So eine Stubborn und stolz. Aber nicht für lange. Any Ideen, Luger? Du wird hier testiert, in der Unterrichtung des Unterrichtung. Diese Kaverns gehen bis zum Triglef-City-Limit. Du kannst hier aus der Stadt gehen. Ich habe meine gehörten. Er ist das Gelände von hierher. Ich kann vieles machen. Da bin ich von der Runde auf den Kasten. Und da keine Quatsch sind. Es ist einfacher gesagt, als fertig. Genau. Mila, ich werde mit dir bleiben. Nein, du helfen die anderen. Sie brauchen deine Macht. Hier geht's. Es ist eine Diversion, ihr Idiots. Frau Mila! Don't worry about me. Just go! Don't let them get away. Na, sozusagen ziemlich. Story intensive hier. Oh, Halsband, okay. Ähm, das Halsband kann ich jetzt gerade leider nur austesten an Dude. Ah, das machen wir mal ganz schnell. Halsband, 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 Halsband. Oh, wie ein Hund. Nein, danke. Okay. So, bei dir sind allerdings jetzt gerade durch die ganze Sache deine Haare wieder ein bisschen wuschiger geworden. Okay. 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 Na, dann habe ich noch Guild. Ne, also auch nicht mehr einkaufen. Dann würde ich erst mal sagen, dass es das hier gewesen sein soll. Ich würde sagen, der Part war also storymäßig sehr intensiv auf jeden Fall. Dann machen wir im nächsten Kapitel äh, im nächsten Part das 14. Kapitel weiter. Ah, und wir bewegen uns echt langsam in Richtung Ende. Ich meine, wenn ich jetzt mal so bedenke. Ich denke mal, für das Kapitel brauchen wir noch einen Part. Dann brauchen wir bestimmt wieder zwei bis drei Zwischenparts. Sagen wir jetzt einfach mal drei Zwischenparts, weil ich jetzt mal so ein bisschen maximal rechnen möchte. Dann ist Kapitel 15. Dafür brauchen wir vielleicht, sagen wir, zwei bis drei Parts. Sagen wir es auch drei. Macht sieben. Nochmal drei Zwischen. Macht zehn. Letztes Kapitel vielleicht fünf Parts. Naja, keine Ahnung. Also ich denke mal, ich denke mal, an die 100 kommen wir nicht mehr. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Äh, und ciao. Ich danke dir. Vielen Dank.